Let's go! 10er Trueno P1 2 Gramm NIM Blitzerts natürlich Also hier Bürofredi Das letzte Mal war Nachmittag, alles wie in Spanien Nicht, dass sie das Video wieder löschen, wegen zu wenig Sicherheitserstand Geht's wieder los? Das muss schon mal die Spanien erklären Was ist denn da jetzt da hergeflogen? Ja, nur was war Aber das hat Zeitweg gesprengt Boah, ich will's nicht Nein, nein, das ist wie eine Viehkugel Ach so Da ist ja so lange gesitzt So, Nummer 3 So, Hupala, 3 Kugeln 3 Kugeln Sollte man mal filmen, dann habe ich wieder weggezogen Das ist ja brutal Nummer 4 Man haut ja mal in den Karton rein Genau, ist ja Sinn Du kommst nur mehr zum Klauen Ja, stimmt Das ist ja auch schon Was ist denn da jetzt? Was ist da jetzt? Schau, das ist weg Das Set ist jetzt in Teilen Man schlechst mehr zum Klauen Wir schmeissen den da rein Nein, nein, dann meine ich nicht in den Plastik Da wird's noch wieder Da und dann willst du da rein, schau In die Batterie Und das sind dann noch die Oaks, wenn die Lernen Wo ist sie denn hin, die Box? Ja, nicht mehr da Boah Der Umriss ist ja am Boden von der Box So schaut es eigentlich aus, wenn ich eine Nuklearwaffe einschlange Oder hier schon Ja, brutal Boah Boah Bist du da? Hier ist eine Ränenkiste Uh Wäähnuss Eine Ränenkiste Aber dann wär der Ränenkiste Oah Oih, oih, oih